Wir sind hier im wunderschönen Sosfé und wir haben heute ein Cleanup-Day gemacht, damit auch das Sosfé so schön bleibt für uns jetzt. Auch nach dem Winter den ganzen Füßen ausräumen, den es hier überall hat, aus den Wiesen, auf den Wanderwägen. Dieses Jahr haben wir das von der Tourismusorganisation aus zusammen mit Nikin als Partner und was super war, mit den Schülern aus dem Sasstal zu organisieren. Das ist ein Teil der super Partnerschaft, den wir mit Nikin zusammen haben. Nikin ist Nachhaltigkeitspartner der Ferienregion Sasfé-Sasstal. Die Idee ist, dass wir zusammen Akzente zum Thema Nachhaltigkeit setzen, dass wir gemeinsam die Gäste sensibilisieren können, wie wichtig das ist, wie wichtig die Natur für uns als Tourismusregion ist. Und ich glaube, da haben wir eine Vorreiterrolle, wir haben eine grosse Verantwortung, die wir tragen. Und unserer Natur haben wir Sorge und das machen wir zusammen mit Nikin als Partner und eben mit so super coolen Tagen wie heute mit dem Mountain Cleanup-Day. Geste Abend war noch ein spannender Event hier, ein Info-Anlass, welches Sasstal Tourismus organisiert hat mit vielen Speakers, die über die Nachhaltige Projekte hier in Sasfé geredet haben. Auch wir haben dort uns als Nikin vorstellen dürfen. Und das war mega interessant. Und ja, es war stark der Aufenthalt im Salstal zum Plattfond zusammenlesen. Wir freuen uns schon mega auf das nächste Event, das wir hier in Sasfé machen. Martin, geht das um kurz vormalen eine Ausblaschen und Tarde carrying eine Erschein. Haupts exciting für uns auch, das ist heute. コ năm morang aufbauen, was ich so weit dabei hatten.